Mein Haustier ist der Wilhelm. Der Wilhelm ist ein Chamäleon-Rüde und den Wilhelm und mich verbindet eine mittlerweile sehr intensive viereinhalbmonatige Freundschaft. Ich habe mir den Wilhelm als klassischen Muschimagneten gekauft, also halt um Frauen gegen ihren Bild, also gegen ihre Überzeugung, also halt um Frauen irgendwie zu mir zu bekommen. Das funktioniert bis dato, muss ich sagen, eigentlich recht schlecht. Meine Freunde meinen, das liegt gar nicht am Wilhelm, sondern an mir, aber das kann irgendwie nicht sein, oder? Falls du jetzt aber als weibliches, gebärfreudiges Menschenwesen vielleicht Interesse daran hast, den Wilhelm und mich privat kennenzulernen, dann gib vielleicht einfach Bescheid. Wir würden uns urfreuen, wir beißen auch nicht. Also der Wilhelm zumindest nicht. Ich vielleicht schon.